Moinen Freunde und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge quali zusammen mit den kleinen Baby Shelby Ich sag nur W Keine Sag mir nix Soll ich das Bild zeigen? Was ist für ein Bild? Tja, was ich gemacht hab. Äh, nö. Willst du vollwillig zugeben, dass du eine Art trägst? Vielleicht. Erzähl mal, was in der letzten Folge passiert ist. Hab ich vergessen. Scheiße. Keine Ahnung, was da war. Was ist mit dem Killer, der dich liegen gelassen hat? Ach so, stimmt. Der eine, der mich holen wollte. Ja, sowieso nicht, was diese Mission war von ihm. Ich wollte die ganze Zeit, war aber die ganze Zeit am liegen. Ich weiß, was du bei Twitch vergessen hast. Komm, bei Twitch. Guck mal, was ich jetzt angeheftet hab. Ach, mein Chat. Ja. Ja, Gewinnspiel. Was? Warte, verwenden Sie ein Mobilgerät von Ihrem PC? iPhone. Ach, jetzt soll ich es nochmal neu verkoppeln, ey. Ich. Ich fick. Erst wollte er jetzt nicht und jetzt will er auf einmal. Tja, kann ich auch nicht entscheiden. Fickt euch. Wenn es euch gefällt, lasst gerne abo' da. Also, gerne abonnieren, liken, kommentieren. Und gerne eine Videobeschreibung. Ja, genau. Bei mir. Link 3. Ja, bei mir. Bei Shavey. Bei den kleinen. Hö, bin ich klein. Bei mir ist die Kamera verschmiert. Ja, gut. Ah, jetzt ist es wieder klar. Na, noch nicht ganz. Klasreiberiert, Klas tauscht aus. Ach so, so können wir es auch machen. Klasklar. Klas. Ja, genau. Einfach glaskleine Glasreiniger drauf. Realität und Auswahl gibt es nur eins. Ähm, wie witzig. Ein dunkeln ist gut munkeln, wa? Können Sie mal hier das Licht anmachen? Ich würde ja mal lesen. Abgelehnt. Moni! Was? Er liest heute noch Bücher. Na, ich. Ich weiß, dann sind sie nur am Handy. Ich lese gerne Bücher. Oh, ist das eine Hitze? Du kriegst ja Solleier. Boah, ist das eine Hitze? Du kriegst ja Solleier. Boah. Meiner Fresse, fick dich doch, iPhone. Mensch. Ja, genau. Hatte du gut spielen? Hallo, ich muss hier koppeln, schnell. Geht schnell. Ja, merk ich. So, Gerät ignorieren. Tschüss. iPhone. Tschüss. Tschüss. Mach Eier. So, derkse, wenn sie flutert auf ihrem Gerät. Haha, wieder her zum Koppeln. Sag mal, fick mich. Oh, ich fick. Du sollst sagen, fick mich. Warum? Wenn ich sagen kann, ich fick mich. Oh, ich fick mich. Ach komm, fick dich. Ich ficken. Oh, es macht mal jetzt Eier. Mach bereit. Wer? Na hier, das Handy und das Koppeln vom PC. Riech gleich noch Solleier. Harte oder weiche? Dachte beides. Ess. Na, manche essen nur eins oder zwei. Äh, harte oder weiche. Manche essen hart, manche auch weich. Ja, ich mach gleich bereit, Baby. Äh. Ich bin keins. Puh. Richtig. Ähm. Jetzt nix dir aber selbst schon an. Nein. Doch. Ah. Can somebody hold you? Hiya. 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 Ah. In den letzten Sekunden. Was hat sich das connected? Nennt der User. Nö. Doch neuer Spieler. Oder nicht? Nee, da hat nur sein Charakter gewechselt. Warum? Weiß ich doch nicht. Unzufrieden. Wahrscheinlich. Nur vier Sekunden Vorsprung hat mein Twitch. Ja, ging ja der Tänz ist da an. Ja. Hier gucken. Hö. Hast du da schon wieder? Er hat anbelegen. Oh, man. Muss das schon wieder sein? Ja. Ich habe sie wollten erst später. Sperr. Schreckt. 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 Also Lacken. Was kannst du? Ach nicht. Mein Ben lagts. Das Game lagts. Nein, soll ich aufnehmen? Jetzt verdankt es nicht mehr. Curios. Sind sie hin? Hab sie verloren. Ja, weil mir jemand gefolgt hat. Hab's gesehen. Und du wurdest gefangen. Geschnappt. Ja, wo ich einen Vordergrund bekomme. Soll ich zu hinkommen? Ja. Muss ich eh hin. Das ist meine Aufgabe. Ja, wenn ich jemanden finden würde. Ach, dahinten hängen sie. Ja, einer kommt. Aber ist schlecht. Ja, warte. Ich bin auch den General, oder? Danke, Matthias. Jetzt hier. Danke für deinen Follower. Kuss, kuss, kuss. Hi, Matthias. Wie geht's dir? Hoffentlich geht's dir gut so weit. Was machst du? Wo hängst du? Na, nee. Hängst du nicht mehr? Weil jemanden mich gut hat. Oh, Mann. Wollte ich gerade holen. Händerte mich. Meine Aufgabe. Moin. Ja, und der Keller auch. Würden wir kloppen. Da kann sich teleportieren, der Keller. Ist schlecht. Je. Warum häng hier Fleisch an der Denke? Kleines Schweinchen, kleine Schweinchen. Äh, spenden sie mir nicht den Ausgang. Hey. Matthias, der Tee, wie geht's dir? Hoffentlich geht's dir gut so weit. Da ist der Killer, oder? Ja, war er. Ich hol den einfach. Warte, komm her. Warte, lass ruhig. Ja, mach. Ah. Komm, lass es abhauen. Also, er ist nicht gewährdet, komischerweise. Na, du musst ihn sicher retten. Das heißt, sicher. Na, dass er aber abhauen kann. Und zumindest nicht. Hat er doch. Ja, aber jetzt habe ich eins bekommen. Das dauert halt. Ein bisschen gedauert. Matthias, wie hast du mich gefunden, wenn ich fragen darf? Kommst du? Er fragt, er kommt Discord. Außer DC musst du eingeben. Ausgutzeichen, DC da kommt man mein Server rein. Ja, schade, ich hab kein Knopf dafür. Ja. Warte, ich mach das von der Feen. Das ist nicht. Ah, das war ein Finger. Wohin? In den Schrank. Nee, linksklick musst du drücken. Oh nein, die ist ne Hexer. Hex, hex. Moin, Lukas. Wie kommst du schon auf die Kutze weit? Obst du das nicht jetzt wochen, der gehabt? Au. Und wie auch mich abzustochen? Abzustechen? Ja, was wollen Sie jetzt machen? Weil Sie mich abstechen, oder was? Naja. Hey. Guten Morgen an alle. Ja. Moin, 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 Matthias. Also bei mir jetzt im Discord. Ja. Warte mal kurz. Und sie mich hören. Der Kind, 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 der Kind. Nee, ich hab gedacht, er ist lieb und wartet. Ah, klatsch. n eigentlich ist ich habe zu gleich holen ui baby was ist denn du hast auch das gewonnen gehabt auch da kann man galt haupt über den abstechen hallo vom löschen sie da unten und vor links legt muss drücken kleine halte nur Längst, Längst. Kurs, Kurs, geht damit zu Shelby! Uuuuhh? Oh man, jetzt hab ich ihn wieder. Ja. Ja, ich hab auch gekämpft. Ah! Klatsch und der hat einen schönen Mantel da unten Hallo der hat einen schönen Mantel da unten Hallo dann kommen sie nur drauf nur die Gurke klotzen als welcher du wirst nicht hin du wirst nicht hin ach klatsch Guten Morgen Rebo vom Ström auf die Skuts soweit ich hoffe du hast ein schönes Wunder gehabt Hallo Grüß dich Ich komme Warte die müssen wir auch gleich retten Oh jetzt darfst du Ihr seid schon zu zweit Was hat Matthias geschrieben? Was ist das Ziel von dem Spiel meint er? Ich war schon am dicht gerichtet das Ziel des Spiels ist das Ziel des Spiels ist zu überleben Generatoren zu erledigen Überlebenden zu helfen das alle auch kommen und ich hab die scheiß Vögel Kuss 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 Hab die scheiß Vögel Ja ich auch Also du musst und durch Ach so leid das muss ich nicht Oder warst du schon was fertig? Ne noch nicht Ja dann erzähl weiter Ja und dann kannst du auch den Killer blenden alles hier Oh scheiße Bist'n du hin? Ja im Schrank Oder im Schrank verstecken wie ich das jetzt gemacht habe Aber nun das nicht machen Und ja vieles mehr halt Errotten Schaften frei zu schalten Oh der kommt da Ja Oder sie Das ist sie wahrscheinlich Da hängt sie irgendwie am Haken Das wird schon wieder Guck mal um links Kuss 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 da Ja Endlich hab ich Ich hab keine Vögel mehr Und mehr Baby Joni Da muss'n wir euch Ja Ja Mensch Mensch Geil voll Und sie sieht aber sexy aus da unten in der Mantel Ich kann sie nicht blenden aber keine Taschenlampe Ich bin jetzt eh tot Ach So was hat der schöne Matthias geschrieben Wo habe ich als Bernd Gott Achso wiederholen muss ich ausmachen Zack An der Taschenlampe gefunden Ja jetzt erst Ja gut Auch nicht schlecht Noch da Matthias Und die Mitspieler Warte ich kann mal nachgucken Da eine wird verfolgt Ich bin noch da gut Weiß was ich mache Jetzt weiß was ich mache Ähm Ähm Matthias Was ich heute mache Ähm So geilseern kann einfach sein Ja muss man stehen bleiben vielleicht ja na guck mal auf den timer gibt dem nur ein kleines timer und h und jetzt kriegst du auf einmal wieder oh für right in common in common na man schon wieder Oh, jemand hat Wasser eingelöst, fuck. Ja, das war ich natürlich. Eine Spende. Eine kleine Spende, bitte. Eine Spende, bitte. Eine Spende. Eine kleine Spende. Eine kleine Spende, ja. Wie alt sich Matthias, äh, warte, lass mich raten. Äh, ich bin schlecht am Raten. Ach, da hängt jemand gleich wieder am Haken. Tschüss. Was haben wir heute mal kurz eingeplant? Nee, nee, haben wir ja nicht. Nee, hatten wir eigentlich. Ja, hatten. Ursprünglich. Das 8.0.2. Kann ich jetzt nur dazu sagen? Jumps, baby. Ui, baby. Matthias, wenn du mich unterstützen willst, kannst du dann einen Zapf geben. Zapf. Na komm, lass zurück zur Lobby, okay? Okay. Ja, ja. Gut. Antwort, Matthias. Was? 20 Minuten, die auf dem Timer. Ja, das starten wir neu. Restart. Wollen Sie? Ja, mach ich. Merkt ihr aber, was in der letzten Folge passiert ist? Also diese Folge. Nicht wie hier. Nicht wie gestern, äh, wie heute bei Anfang. Wie gerade meinst du? Ja, wie gerade. Heute. Also Freunde, da würde ich sagen, wir sehen uns. Ja, ach Gott, wir machen es anders. Wenn es euch gefallen hat, Freunde, dann lasst gerne ein Like, ein Abo da, kommentieren, welche Stelle euch gefallen hat, wo ihr lachen musstet. Ha, 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 ha. Schreibt in eure Beschreibung, äh, in unsere Beschreibung vorbei. Link, natürlich steht alles drin. Information, wie es weitergeht. Na ja, nicht wie es weitergeht, aber halt. Ähm, ja. Ja, gut. Was ich da großartig noch sagen will. Bei Link. Zum Telegram-Gruppe. Und so. Ja, WhatsApp, Discord. Ja. Ja. Und da würde ich sagen, bye, bye und adieu. Tschüss. 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 Euer Spiele-Game-Mor. Und den kleinen Baby. Oho. Haha. Tschüss. Ja, genau. Tschüss. Tschüss.